Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 2. August 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 428 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Apple Pay, Sparkasse und FDP, 4 Millionen Smartphone, Markt, Huawei, Verweildauer und ausgenutscht. Wir beginnen mit Apple Pay. Ich habe gestern extra noch abgewartet, bis die ersten Zahlen zu den Apple-Quartalszahlen draussen gewesen sind. Auch die von Huawei und den anderen, die ich noch mit drin hatte. Und deshalb habe ich ein bisschen länger gewartet. Worauf ich aber knapp verpasst habe, war die News, die Tim Cook im Nachgang da noch verlauten hat lassen. Und die ist nämlich, dass Apple Pay in Deutschland noch starten wird. Und zwar in diesem Jahr. Was gab es für Aufschreie in diesem Internet? Und zumindest klingt es schon einigermassen interessant, sind doch zum Start einige Banken mit dabei. Einige ist übertrieben. Es ist wie immer relativ mau. Aber immerhin sind es in Deutschland zwei, drei, zumindest wenn ich das beurteilen kann, größere Namen. Die Deutsche Bank, zum Beispiel Unicredit Bank und die Hanseatic Bank und N26, was auch immer wieder mal ein Thema ist bei uns. So wie Boon und Wirecard. Die sind definitiv laut Ankündigung beim Start von Apple Pay in Deutschland mit dabei. Da gibt es andere Kassen, wie die Konsorsbank und die Commerzbank und so weiter, die dazu sagen, dass man das Ganze beobachten möchte und schauen möchte, wie das Ganze laufen wird und wie erfolgreich das Ganze sein wird. Das sind ja Sprüche, die man von vielen anderen Ländern, unter anderem auch von hier aus der Schweiz kennt. Denn ja, die Banken haben natürlich ihre eigenen Bezahllösungen und möchten die durchkriegen. Und da gab es auch schon die erste Motz-Attacke. Denn die Sparkasse, war es die Sparkasse? Genau, die Sparkasse hat zusammen mit der FDP, politische Partei, ja, wie sagt man dem? Ein Verlautbarer rausgelassen, dass Apple doch den NFC-Zugang für alle öffnen sollte. Heisst nicht nur über die eigene App. Und der Grund, weshalb sie das getan haben, ist ganz klar, denn die eigene Bezahl-App, die die Sparbank rausgehauen hat vor kurzem, gibt es nur für Android. Denn da können sie auf NFC zugreifen und da funktioniert das Ganze auch mehr schlecht als recht, wie man bei einigen Tests schon hat nicht lesen können. Und somit wäre Apple aktuell zumindest nicht gut geraten, da das Ganze zu öffnen, weil sonst wäre das da dann auch das Gleiche. Ich bin mal gespannt, irgendwann wird Apple sich für den Bereich auch öffnen und bin dann wirklich gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Weil aktuell ist es einfach so, wenn du das Ganze ins Terminal hältst, es wird direkt Apple Pay ausgewählt, umgezahlt und einfach fertig, einfach Schluss. Ja, nachher hat man wieder einen weiteren Schritt, weil da muss man ja auswählen, welche Schnittstelle man wählen möchte. Aber ja, das wäre was für die Geek-Talk-News oder das News-Format vom Mutter-Podcast. Das werden wir, glaube ich, da mal besprechen, ein bisschen mehr ins Tiefe oder in die Breite gehen. Bei der Pressekonferenz oder bei der Quartalszahl-Call wurde auch verlesen, wie viele Leute aktuell auf Betas setzen. Und das sind iOS 12, macOS Mojave, tvOS 12 und watchOS 12 insgesamt 4 Millionen Anwender, die sich eben die Beta schon vorab installiert haben und das neueste Betriebssystem antesten möchten. Ja, ist das viel? Ist das wenig? Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall denke ich, dass da auch einige Produktivsysteme dahinter sind. Und für die drücke ich mal ganz fleischig die Daumen, dass da nichts passiert. Auch hat sich Tim Cook, und das ist jetzt das Letzte, worum es um Apple geht, fast zumindest, dazu geäußert, wie es um den Smartphone-Markt steht. Da hört man ja schon seit Jahren, dass der nicht mehr wirklich vorwärts geht, dass da die Luft draussen ist etc., die Geräte schauen alle gleich aus. Dennoch sagt er, dass es ein ganz starker und lukrativer Mark, wenn nicht sogar der lukrativste Mark im Techniksektor sei, weil er einfach riesig ist. Und ja, ein jeder will ein Smartphone, also fast zumindest. Und ja, mal schauen, wo das Ganze noch hinführt. Auch hat er sich dazu geäußert, dass sie neue Fokus setzen möchten oder zusätzliche Fokus setzen möchten. Und dass das Akku-Austauschprogramm nicht schlecht sei für sie, sondern sie damit dem Kunden zeigen können, dass sie sich um ihn kümmern. Und das sieht man ja immer wieder bei Apple, dass sie das eben tun. Eine traurige News ist mir jetzt gleich noch per Push reingekommen, für all diejenigen, die ein bisschen was mit Affiliate-Marketing auf sich haben und die ein oder andere App empfehlen und darüber ein bisschen was zurückholen können. Denn Apple wird per 1. Oktober 2018 die Apps aus dem Affiliate-Marketing rausstreichen. Heißt, es gibt nur noch für Filme, für Videos, also für Filme, für Serien und für Musik Geld, für Apps nicht mehr der Grund wird genannt, weil eben die beiden Mac App Store oder der Mac App Store und der iTunes App Store für iOS überarbeitet werden. Und ja, schade, schade für all diejenigen, die darüber was bekommen. Dann gab es gestern noch News eben zu Huawei, denn die haben ja Apple überholt und sind mittlerweile auf Platz 2. Sie haben mehr Smartphones verkauft als Apple. Ich habe gestern schon gesagt, dass Apple zwar einen Rekordumsatz hat, aber in der Quantität nachgelassen hat, also weniger Smartphones verkauft hat, dafür mehr Gewinn eingestrichen hat. In Zahlen sind das im zweiten Quartal 2018 71,5 Millionen, bei Samsung, Huawei 54,2 und bei Apple 41,3. Wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, Xiaomi mit 31,9 Millionen Geräten, die eben in diesem Quartal über die Verkaufsflächen gegangen sind. Und somit hat Huawei auch Wort gehalten mit dem, wo sie mir damals vor 5, 6, 7, 8 Jahren, wo ich sie das erste Mal an Events begleitet habe, gesagt haben, sie werden innerhalb von 5, 6 Jahren Apple überholen. Und das nächste Ziel, und da glaube ich, wird es auch nicht mehr allzu lange gehen, ist Samsung, weil wie gesagt, das sind dann, in Anführungsschlusszeichen, nur noch rund 20 Millionen Geräte, die sie da einsacken müssen. Gehen wir weiter zu Facebook und Instagram. Die führen nämlich eine neue Funktion ein, die euch anzeigt, wie lange ihr auf Instagram respektive Facebook wart und zu welcher Tageszeit ihr darauf, oder besser gesagt, zu welchem Tag ihr wie viele Stunden, Minuten auf den ganzen Plattformen verweilt habt. Ihr könnt da auch tägliche Erinnerungen setzen, dass nach einer gewissen Zeit ihr eine Message bekommt, eine Push-Notification bekommt, dass ihr jetzt mal wieder ein bisschen in die andere Welt oder in andere Apps abtauchen solltet oder ganz fix Zeitrahmen setzen, wo ihr gar nicht mehr überschreiten könnt. Da möchte natürlich der Herr Zuckerberg dem Ganzen ein bisschen vorgreifen. Apple hatte das angekündigt, für iOS 12 generell zu machen, also global, und die Funktion, die ihr hier gesehen habt, die kommt ja dann sicherlich auch auf die iOS-Devices. Bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Werdet ihr euch legitimieren, limitieren lassen? Macht ihr euch da selber vor, ja, Vorgaben, wie lange ihr im Netz oder auf der App Instagram und Facebook rumgurken möchtet oder nicht? Das gerne mal über die Kommentare oder über Social-Media-Feedback. Vielen Dank übrigens für das ganze Feedback zu den letzten Fragen hier, in den letzten Folgen. Ausgenotscht, und das wäre dann das Letzte für heute, hat nichts mit Apple zu tun, sondern mit Notches auf Android-Smartphones, und da gibt es ja auch nicht wenig, und da geht ja jeder Hersteller ein bisschen anders damit um. Am liebsten habe ich es persönlich, so wie es Huawei regelt, mit der Möglichkeit, wo man es ausblenden kann und nicht, und somit dann eine Notch hat oder nicht. Und Google will jetzt für Android P, der Version 9.0, die dann irgendwann mal kommt für alle, das Ganze ein bisschen geregelter machen, damit das halt nicht so ein Wildwuchs ist bei den ganzen Darstellungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall kein falscher Weg, und ich bin schon mal gespannt, was sie da für Möglichkeiten anbieten werden. Und ja, das war es jetzt auch schon mit den ganzen News, die ich heute für euch zusammen habe tragen können. Ich freue mich, euch morgen nochmals zu begleiten, Freitag, mein letzter Tag dann für die Woche, und dann übergebe ich ihn Achim. Aber bis dann, euch schon mal einen erfolgreichen und tollen Tag, und ja, wir hören uns morgen wieder. Euer Pogipsi, tschüss! Hört mehr Geek Talk!